So, da haben wir das gute Stück, die Steardrum und wie wir es sehen können, bin ich hier auf der Resonanzseite. Das hat den Grund, dass ich zuerst das Resonanzfälle stimmen möchte, denn ich muss genau hinhören wegen der Teppichansprache. Denn das ist mir sehr wichtig, dass der Teppich eine optimale Ansprache hat, von dem leisesten Antippen des Felds bis zum lautesten Rimshot. Und deswegen werde ich jetzt erstmal den Teppich hier nochmal neu positionieren. So, der Teppich wäre soweit in seine Position gebracht. Jetzt das Ganze nur noch festziehen. So So. Wunderbar. Jetzt kann ich den Spannring drauf tun und auch genau dasselbe wie bei der Bassstorm auch. Zuerst werden die Schrauben angezogen und auch hier gilt wieder, dass ich diese Schrauben so anziehe, bis ich mit dem Finger nicht weiterkomme. Und jetzt kommt diese Schraube hier noch hinzu. So. Also wieder fingerfest alle Schrauben anziehen. So. Wunderbar. So. Jetzt nur noch diese drei Schrauben hier. Fingerfest angezogen. Und jetzt werde ich anfangen, auch hier wieder rundum das Fell sehr hoch zu stimmen. Denn mir ist eine sehr, sehr gute, sehr Ansprache, sehr wichtig und deswegen muss auch der Teppich optimal arbeiten. Und deswegen werde ich jetzt das Resonanzfell sehr hoch stimmen. So. 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 und das ganze Fell wird jetzt enormst hoch gestimmt bis ich einen bestimmten Punkt erreicht habe und zwar dass es mit den Fingern hier nicht mehr weiter geht vom Druck her jetzt komme ich gerade mal wo wir sind ja das ist schon mal eine sehr gute Stimmung jetzt hole ich mir einen Imbusschlüssel jetzt kommt ein ganz wichtiger entscheidender Punkt denn dieser Imbusschlüssel hier wird jetzt eine wichtige Rolle spielen und zwar mache ich das jetzt so ich versuche das mal hier irgendwie aufzufangen ja jetzt geht es also weiter im Text und zwar habe ich hier diesen Imbusschlüssel das ist genau sehr wichtig um die genauste Stimmung zu erreichen und zwar werde ich diesen jetzt so hier an den Ring anlegen und zwar gerade und jetzt werde ich die Schrauben so weit anziehen dass ich den Imbusschlüssel hier genau an der Öse dran habe weil das ist nämlich die sehr gute Stimmung für das Resonanzfell somit habe ich auch eine optimale Spannung erreicht jetzt gucke ich mal nach jetzt ziehe ich hier noch ein bisschen weiter hoch bis das der Imbusschlüssel so jetzt geht es nicht mehr ganz weiter also ab zur nächsten Schraube und das ganze Spiel beginnt wieder von vorne also hier muss ich auch wieder ordentlich anziehen so und jetzt immer so weiter so bei der ist schnell die optimale Spannung erreicht jetzt auch bei dieser Schraube hier schön anziehen ich hoffe ja es ist ein bisschen schwer zu erkennen jetzt muss ich mal gerade hier nachgucken sieht also eigentlich sehr gut aus ab zur nächsten Schraube und das gleiche Spiel ist ja auch sehr gut das ganze mache ich jetzt hier anders herum so das sieht schon mal sehr gut aus ich drehe das jetzt einfach mal so rum dann kann ich das auch besser sehen so hier müssen wir auch wieder nachziehen und es geht zur nächsten Schraube weiter da fällt mir der Schlüssel herunter das kann ruhig passieren also es ist bei meiner Serum halt so dass ich jetzt diesen Imbusschlüssel hier verwende damit ich auch diese gute Stimmung hier erreiche hier muss ich auch wieder mehrfach nachziehen mal gerade sehen ja noch ein wenig sieht ok aus jetzt sind wir schon bei der vorletzten Schraube hier und auch hier muss ich zwei Teil viermal nachziehen oder sogar fünfmal so jetzt guck ich hier noch nach und auch hier ziehe ich ein paar Mal nach das ist so und jetzt testen wir wie gut natürlich die Teppichansprache ist und zwar kann man das hier ein wenig hören wenn ich allein schon spreche dann vibriert er ich werde mal testen beziehungsweise muss ich ihn jetzt ein wenig lockern ich kann deutlich hören dass er dran ist und man kann es auch hören das ist auch sehr wichtig also er hat eine sehr deutliche und sehr gute Ansprache so wie ich das allein schon von meiner Stimme her hören kann und somit ist der Stimmvorgang beim Resonanzfail von der Sertrum beendet ja jetzt geht es weiter mit der Starkfail Seite und dazu werde ich jetzt die Sertrum in meinen Set stellen beziehungsweise werde ich jetzt zuerst die Bassdrum wieder heranschieben und diese befestigen damit ich mit der Starkfail Seite bei der Sertrum anfangen kann zu stimmen so auch hier gelten wieder die allgemeinen Bedingungen vor dem Stimmen und dann die Schrauben immer schön fingerfest anziehen also kann man nämlich ich habe nämlich schon eine gewisse Vorspannung von den Schrauben und kann sich auch sicher sein dass sich alle Schrauben auch in gleicher Position befinden was auch sehr wichtig ist eigentlich so diese Schrauben sind jetzt fast alle Finger fest angezogen jetzt nur noch diesen hier anziehen jetzt kann ich beginnen das Starkfail zu stimmen und ich werde bei dieser Schraube hier anfangen der Teppich wird abgespannt jetzt muss ich da nochmal auch hier nochmal kurz nachziehen ok sieht gut aus gehen wir in die Runde 2 und zwar ist es so dass ich die Snaredrum eine Terz tiefer stimme als meine 10 Zoll Snare das heißt ich muss auch hier wieder sehr hoch die Spannung erzeugen das ist noch ein weiter Weg bis zur der Teppich wird aber aber sind genau die da die die wir haben die terze reicht jetzt nur noch gering für sich die anderen schrauben festdrehen und jetzt werden wir mal testen ob wir genau das erreicht haben bei der snare drum was ich von ihr gerne möchte und zwar ich zuerst noch das bass drum pedal festziehen aus müssen wir in die position klinge an sich gut so und sie knallt unglaublich bei rimshots das klang gerade so geil das jetzt noch mal ausprobieren probieren Ja, klingt eigentlich optimal. Ja, lieber DB Plays und liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe auch, dass ich diese Frage präzise genug beantwortet habe. Allerdings habe ich einen Fehler festgestellt und diesen Fehler, den werde ich jetzt mal versuchen auszumerzen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Und das war's, ja, das war's auch von mir heute. Zum guten Schluss gibt es jetzt noch ein kleines Solo, wo ich die neu gestimmte Bassdrum und neu gestimmte Snaredrum mal austesten werde. Und genau den Klang feststellen werde. Und bisher kann ich sagen, ich bin sehr überzeugt über den Klang. Also es klingt eigentlich sehr gut. Also ich werde das jetzt noch mal so richtig krachen lassen. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut. Ciao. Wow. Wow. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020